Das ist mir sofort eingefallen. Die ganzen Regieanweisungen, du kriegst ja über den Knopf im Ohr bei jeder Fernsehsendung zum Beispiel den Timecode sozusagen, noch zehn Sekunden bis du wieder sprichst oder und jetzt bitte noch eine Minute Gesprächszeit füllen, dann geht es so und so weiter. Also gerade bei Live-Sendungen, da bist du total angewiesen auf das, was du eben im Ohrknopf hörst von der Regie. Hörgespräche – Sinnvolles aus dem Leben Herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Carola Gaustra, freue mich sehr. Wir haben jetzt schon einige Folgen produziert, einige Podcast-Folgen. Prominente Gäste waren da, Alexander Göbel, Toni Faber war schon da, Ö3-Moderator Andi Knoll war da, Viktor Gernot war da, Karolina Athanasiadis war da. Also sehr, sehr viele schon, natürlich auch viele Cochlea-Implantat-Patienten, Patientinnen und auch die führenden HNO-Ärzte Österreichs. Wenn Sie Interesse haben an unseren Gesprächen, dann klicken Sie mal rein, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf YouTube, da gibt es auch Bild und die Untertiteln. Heute wollen wir ein bisschen über den Sport reden, das ist ein sehr sportliches Jahr, das 2024. Es ist viel los. Die Euro 2024 ist in Deutschland, Olympische Sommerspiele in Frankreich und unser heutiger Gast, ich glaube, die könnte ich um zwei Uhr in der Früh aufwecken und die wüsste da sehr, sehr viel zu diesem Thema, zur Euro zum Beispiel. Herzlich willkommen. Christina Inhoff, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Könnte ich wirklich um zwei Uhr in der Nacht kommen, dich aufwecken und ich könnte ein bisschen was, könnte ich fragen zu den Themen Fußball, zu den Trainern, zu dem aktuellen. Du könntest mich wahrscheinlich anrufen, ich weiß nicht, ob ich um zwei Uhr in der Nacht so gut gelaunt wäre, wie jetzt Tarzan war. Also ist mir schon ganz recht, dass wir jetzt aktuell, wenn wir jetzt Vormittag, dass wir da schön in Ruhe drüber planen. Aber das ist natürlich dein großes Steckenpferd, der Sport. Du bist auch in der Unterhaltung, aber der Sport ist es natürlich in erster Linie. Das stimmt, genau, genau. Also ich bin da, also wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen reingestolpert in den Sport, weil ursprünglich, ich wollte schon nach der Schulzeit, habe ich schon gemerkt, so gerne Medien, Radio, Fernsehen hat mich interessiert, aber ich habe nicht sofort gesagt, es muss Fußball werden, sondern es war eher so ein Zufall, dass ich ein gewisses Studium, ein Journalismusstudium bei der Aufnahmeprüfung nicht geschafft habe, mich dann umorientieren musste und dann habe ich mir gedacht, naja, was interessiert mich sonst, was könnte ich sonst machen und dann war es Sportwissenschaft. Und so bin ich auch, habe den Journalismus schon immer weiterverfolgt, aber dann bin ich auch in die Sportrichtung gekommen. Alle Wege für nach Rom. Ja, am Ende eben doch, ja, es ist halt, ich sage so, es ist, alles hat so einen Grund, warum Dinge passieren, auch warum du Absagen im Leben bekommst, dann erst mal jetzt wo eine andere Tür, also ja. Wir kommen gleich noch zum Sport darüber, wenn wir noch auslöpfüllig plaudern. Jetzt heißt unser Podcast Hörgespräche und es geht ums Thema Hören. Jetzt würde dein Beruf ohne das Hören gar nicht funktionieren. Was bedeutet Hören für dich? Zum einen privat, ja, zum anderen beruflich. Also privat könnte ich mir natürlich gar nicht vorstellen, nicht mehr hören zu können, das ist ja alles, das sind ja gute Gespräche, da fangt es ja schon an, der Austausch zum Beispiel mit meinem Partner, über unseren Alltag, das bringt ja auch Erleichterung im Leben, wenn du mit jemandem sprechen kannst, dich austauschen kannst und du hörst ja auch allein bei einem Telefonat. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, telefonieren, das ist ja auch schon so eine Sache, dass ohne Hören ginge es dann eben, ja, und Musik, was Musik in einem auslösen kann, das ist ja sowohl glückliche Zeiten als auch traurige Zeiten, kann ja Musik begleiten und unterstützen und einem dann helfen. Und beruflich sowieso, ja, Sport lebt von der Emotion, von der Stimmung und zur Stimmung gehören natürlich auch Geräusche. Und die sind in Sport da, ne? Ja, jede Menge da, ja, ja, ja. Du hörst gerne Backstreet Boys, habe ich gehört. Ja, ich bin da musikalisch sehr breit aufgestellt, auch die 90er Jahre, so die Musik der Backstreet Boys zum Beispiel. Na, ist das eine Musik, die dich happy macht? Ja. Zum Beispiel? Du, also wie gesagt, da gibt es ja die ganzen Backstreet Boys Songs, die kann ich eigentlich auswendig. Und wenn sie mal wieder nach Wien kommen auf ein Konzert, bin ich da eine der Ersten, die sich ein Ticket besorgt, ja. Also wir haben schon gesagt, moderieren, zuhören, Fragen stellen, Antworten erklären, das ist halt alles, das gehört alles zusammen. Das machst du, du machst das im Sport, du machst das in der Unterhaltung, also Dancing Stars Moderation, die Chance, die große Chance der Chöre. Das heißt, ohne dem, dass du auf der Bühne stehst und das Publikum nicht hörst, funktioniert es auch nicht. Oder dein Co-Moderator oder die Musik bei Dancing Stars, das ist der Forchester. Das ist mir sofort eingefallen, die ganzen Regieanweisungen. Du kriegst ja über den Knopf im Ohr bei jeder Fernsehsendung zum Beispiel den Timecode sozusagen. Noch 10 Sekunden, bis du wieder sprichst oder und jetzt bitte noch eine Minute Gesprächszeit füllen, dann geht es so und so weiter. Also gerade bei Live-Sendungen, da bist du total angewiesen auf das, was du im Ohrknopf hörst von der Regie. Also da gibt es Kommandos. Genau. Gibt es auch Input für den Content? Auch. Das wollen wir jetzt auch noch wissen, frag den und den. Ja, ja, da erinnere ich mich noch gut an Dancing Stars. Wenn du dann, wenn zum Beispiel, als ich das moderiert habe, gab es ja den Moment, wenn das Tanzpaar fertig getanzt hat, bei der Jury steht und dann macht nur so einen kleinen Talk. Dann gibt es schon noch bei uns in der Regie jemanden, der sich so ein bisschen, der das Drehbuch geschrieben hat, der sich eben auch um den Inhalt ein bisschen Gedanken gemacht hat und der flüstert mir dann auch noch ins Ohr, was ich noch Lustiges fragen könnte. Also da kommen schon Inputs auch noch zum Inhalt. Also der Drehbuchautor sitzt auch noch dort. Ja, den habe ich auch im Ohr. Aber der gibt dann schon dazwischen auch mal Ruhe. Ich stehe mir das irgendwie irritierend vor, wenn du die ganze Zeit Kommandos kriegst. Der Drehbuchautor kennt einen dann schon so ein bisschen und der weiß auch dann schon, wie viel er einem reinquatschen darf und auch zu welchem Zeitpunkt. Er kann zum Beispiel ja nicht reinquatschen, während ich gerade spreche. Das würde mich ja dann total irritieren. Furchtbar jeden, glaube ich. Ja, eben. Also der weiß dann schon, wann er was sagen sollte und wann besser nehmen. Und die Lautstärke? Kann ich selbst regulieren. Also da machen wir vor der Live-Sendung eigentlich einen Test, unter welchen Bedingungen. Es ist auch bei lautem Applaus, das wird ja dann schwieriger, weil der Geräuschspegel steigt, muss man dann ein bisschen lauter drehen. Also da machen wir vor der Live-Sendung den Test, welche Lautstärke ideal ist. Und bei zum Beispiel Fußball-Sendungen im Stadion kann ich das selber an diesem Regler dann ein bisschen drehen, wenn ich es lauter oder leiser brauche. Also flexibel reagieren in die Situation ist halt. Genau. Also du hast das eh schon angesprochen, du moderierst im Stadion, auf der Bühne, da ist fast immer Publikum, außer es sind so Geisterspiele. Wie ist das mit dem Zuhören und Hören? Machst du es? Blendest du es aus? Kannst du das? Töre ich es manchmal? Es ist also, was ich festgestellt habe, was man als Moderator oder Moderatorin lernen muss, wirkliches Zuhören, wenn du in einem Interview bist. Das ist ja oft so, du stellst eine Frage, es kommt eine Antwort und du bist gedanklich schon bei deiner eigenen nächsten Frage und hörst dann gar nicht mehr zu, was dein Gegenüber sagt. Also das ist schon auch etwas, was man lernen muss im Laufe der Zeit, wirkliches Zuhören, um dann ja vielleicht auf die Antwort... Nochmal nach, das ist so ordneblich, weil das kannst du dann gar nicht mehr zugehört. Genau, dass man da irgendwie reagiert. Und ich ertappe mich nach wie vor dabei, dass in gewissen Stresssituationen, dass man nicht mehr bei jeder Antwort aktiv zuhört, sondern halt selber schon überlegt, was brauche ich als nächstes, was könnte jetzt passen, was könnte Klub sein oder weißt du... Das erwarten die da draußen, weil die haben ja alle, wir Österreicher können ja alle vor, wir sind ja die besten Trainer, wir sind ja da super im Bilde und kennen uns ja super aus, dann kommt doch wahrscheinlich das Kommando von dem, der da draußen sitzt, vom Regisseur oder so. Also es ist eine Abstraße-Situation. Klar, immer, ja. Also man lernt, damit umzugehen natürlich. Live-Situationen beim Fernsehen sind immer mit ein bisschen einem Stress verbunden, weil du hast halt nur eine Chance. Life is life. Ja. Bringt aber natürlich auch einen coolen Adrenalinkick, an den man sich auch gewöhnt und den man ja auch mögen muss. Aber es ist schon eben auch eine gewisse Drucksituation. Deswegen bin ich auch nervös. Das kommt auf die Sendung an. Manches Mal mehr, manches Mal gar nicht mehr. Liegt auch mitunter an der Größe der Sendung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von der österreichischen Fußballnationalmannschaft ein großes Spiel moderieren dürfte und das weiß ich, das wäre jetzt ganz groß im ORF übertragen. Natürlich ist man da schon aufgeregt, als wenn es jetzt, ich sage mal, eine kleinere Sendung ist. Und den Singstars damals wahrscheinlich... Ja, um Gott, ich will, das war besonders aufregend. Die Mutter zum Kind quasi, oder? Ja, ja, ja. Als die Mutter einem damals ausgefallen ist und du auch so, ja. Und die letzte Hand übernachst. Ja, ja. Wobei ich muss sagen, es war jetzt gar nicht die Nervosität, irgendeinen Fehler zu machen bei mir, also so dominant, sondern es war eher so die, wie soll ich sagen, Dankbarkeit und Emotionalität vor dieser ersten Sendung. Ich war so glücklich, dass ich das machen durfte, dass ich aufpassen musste, bevor ich da rausgegangen bin auf die Schiene. Die Schottreppe ist natürlich sehr schlimm, oder? Ja, die Schottreppe natürlich. Das war, glaube ich, meine Sorge. Ja, ich war so sowieso. Also da müsste man einige Male üben. Aber einfach diese Emotionalität, dass ich da jetzt nicht gleich, also ich hätte wächst jetzt schon ein bisschen mit so Tränen in den Augen und so. Also ich war so überwältigt von dem Moment und hatte gar nicht meine Angst, da jetzt was falsch zu machen, sondern irgendwie eher so... Emotional eher. Ja. Ein bisschen Tränen in den Augen, bevor es losgeht. Ja, das war es eben. Ja, auch mühsam, weil man weiß, die Kameras sind unten. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt fang dich wieder, konzentrier dich und wie gesagt, nicht stolpern bei der Treppe, weil du hattest so ein langes Kleid. Und dann musste ich auch eben, oder ich wusste nicht, ich wollte das dann auch so, natürlich echt hohe Schuhe tragen, weil das Bein noch einmal ein bisschen streckt unter so einem langen Kleid. Und dann die Treppe runtergehen zum allerersten Mal live. Das ist schon... Nein, auch alleine, weil der Partner an mir auf der anderen Seite... Genau, auf der anderen Seite, das ist es sehr... Also schon, aber das war nur beim ersten Mal, diese Emotionalität. Diese Emotionen nur beim ersten Mal, die nächsten Male waren natürlich auch schon aufregend, es war jedes Mal aufregend. Ich kann mich auch noch gut erinnern, die Show 2 und 3, da habe ich eher damit zu kämpfen gehabt, dass ich mich noch nicht so ganz wohl gefühlt habe, im Sinne von, ich hatte das Gefühl, ich bin noch nicht so authentisch, wie ich sein könnte, sondern noch mehr in einer Rolle. Wie meinst du das? Oder ist das das Feedback der anderen zu Hause? Naja, das spürt man irgendwie, ob man so sein kann, wie man ist oder halt... Also ist es schwer zu erklären, das spüre ich und ich habe dann auch deswegen mit einer Trainerin zusammengearbeitet, die das auch für mich analysiert hat. Irgendwann. Und das auch so erkannt hat und tatsächlich ist es dann ab Show 4 besser geworden. Das sind dann oft nur so kleine mentale Dinge, die du quasi ändern musst. Was warst du zum Beispiel? Weißt du nicht mehr? Wenn ich das so... Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau den Unterschied ausgemacht hat. Aber du hattest dann mehr Selbstvertrauen. Ja, mehr Selbstvertrauen und auch irgendwie so den Mut, wirklich einfach, wenn was passieren würde, wenn man was falsch sagt, falsch macht, das zuzulassen. Man macht sich ein bisschen angreifbar dadurch, wenn man noch mehr man selbst ist, hat man immer Sorge. Aber wenn man das Risiko geht, dann kann man halt auch voll authentisch sein. Und das habe ich dann ein bisschen so meine Einstellung geändert und dann ging es auch tatsächlich immer besser. Na gut, nicht dass man am Ende der Staffel draufkommt, was man an das Ende nicht bekommt. Das war ungefähr in der Mitte der Staffel, dass ich das erkannt habe und dann hat es halt einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie ist denn das Publikum in diesem Ballroom? Naja, du hörst es, es ist ja jetzt, im Fernsehen wirkt das ja riesig, aber jeder, der schon mal in diesem Ballroom war, das ist gar nicht so groß. Ich habe den Ballroom ja nie voll besetzt erlebt. Ich war ja eben in der Zeit, als nur Familie und Freunde kommen durften, das war, da hatten wir, weiß ich nicht, so 80 Leute im Publikum, also wirklich ganz eng. Jeder durfte nur zwei, drei Familienmitglieder, also so einen richtig vollen Ballroom habe ich auch dann, als ich getanzt habe, 2021 auch noch nicht erlebt. Nein, nein, der war auch dann immer nur so, weil ich glaube, die Energie, die da ausgibt, das muss cool sein. Ja, wir haben halt mit künstlichem Applaus dann auch gearbeitet, also wir haben, glaube ich, es ist akustisch auch nicht das gleiche. Nein, natürlich nicht. Also, ja, ganz, ganz voll habe ich den Ballroom selbst so nicht erlebt. Wenn du jetzt im Stadion bist und die Leute sind euphorisch, ich meine, es gibt ja Spiele, da geht es richtig zur Sache, also wenn Austria irgendwann bis zu einem Tabi spielt, da ist es natürlich schon, die Emotionen vom Sport, über die wir vorher schon ein bisschen gesprochen haben, da ist es schon sehr speziell, oder? Ja. In der Männerdomäne noch dazu, wenn du dort stehst, wenn du dich machen willst. Es kann aber auch irgendwie unschön werden, weil du hörst dann, auch im Fußballstadion geht es teilweise zu, also was die Fans da teilweise sich gegenseitig beschimpfen oder Spieler beschimpfen, das willst du teilweise gar nicht hören und da bist du manchmal echt baff, was für auch eine Aggressivität da manchmal rüberkommt. Also, so schön es sein kann, so erschreckend kann es auch sein. Wo man sich zweimal überlegt, wo man mit den kleinen Kindern hingeht, muss ich gar nicht sagen. Ja, eben, genau, das ist es ja auch. Also, schade ist eigentlich, ne? Ja, ja. Gerade eben die großen Vereine, die du jetzt angesprochen hast, Rapid und Austria, also die haben ja mitunter sehr, also diese Fanlager sind ja wirklich mitunter sehr verfeindet auch. Ja, und deswegen sind diese Darbys auch immer unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen, wenn sie über die Bühne gehen, das ist schon... Ja, und... Aber wenn du merkst, das ist im Hintergrund so eine Aufregung, nennen wir es mal so, wie ist es dann zu moderieren von der Lautstärke, vom Pegel her? Schwierig. Ist das Ausblinken? Wie geht das? Was machst du mit den Ohren? Ja, ich muss schon sagen, es ist schon schwierig, wenn wir stehen ja dann immer am Seitenrand, also als Moderator, Experte und so weiter, am Seitenrand, das heißt recht nah beim Publikum, so wild und drin. Lustig, wenn wir dann den Herbert Prohaska zum Beispiel als Experten haben, der kommt eigentlich immer ganz gut an bei den Fans, aber dann gibt es auch oft Herbert Prohaska-Fangesänge und das ist dann auch so laut, wenn du rüber siehst, Herbert Prohaska, also so laut. Teilweise, du musst dann echt noch versuchen, genauer hinzuhören, was du über diese, bist ja komplett verkabelt mit In-Ears und versuchst Regieanweisungen, gleichzeitig die Antwort deines Gegenübers zu verstehen, also unter diesem Geräuschpegel manchmal wirklich schwierig. Ich nenne es auch oft so die Königsdisziplin des Moderierens, also ein lautes Stadion ist weitaus schwieriger als ein ruhiges Fernsehstudio. Also um 20 Uhr den Sportmoderieren zum Beispiel. Ja, also das ist easy-cheasy, stelle ich mir vor. Es ist nicht so viel Störfaktor von außen. Das ist es eigentlich. Also zum Anfangen das wahrscheinlich besser. Zum Anfangen ist es wahrscheinlich besser, in einem gemütlichen Studio zu beginnen, ja, definitiv. Das andere ist dann schon hardcore. Ja, schon, ja. Vor allem, wenn du dann mal was nicht hörst, eine Anweisung der Regie, kannst du ja live auf Sendung nicht ins Mikro sagen, können sie mir das bitte nochmal sagen? Ja. Sondern dann kannst du raten oder überlegen, naja, was könnte mir mein Regisseur jetzt wohl gesagt haben? Ich habe es nicht verstanden, aber wie mache ich den jetzt am besten weiter? Ja. Also das ist oft dann so ein Annehmen von möglichen Regierenweisungen. Ja, ständig mir schwierig. Ja, es ist so, es ist spannend auf alle Fälle. Auch wenn das Umfeld zu laut ist, fange ich dann meistens an bei Off-Fair-Moderationen, dass ich dann auch so ein bisschen schriller werde. Ja, das ist genau das, was ich. Man versucht dann irgendwie in der Ruhe zu bleiben, ist gar nicht so leist. Ja, das stimmt leider. Ich meine, mein Freund, der ist ein großer Kritiker von mir, der sagt mir dann auch immer ganz ehrlich, eben deine Stimme wurde da dann schon wieder auch so laut oder du wirst dann so hoch mit der Stimme. Das klingt nicht gut. Versuch da ruhig und tief zu bleiben, aber das ist ganz schwierig. Das ist sehr schwer, ja. Du hast Handball gespielt eine Zeit lang, das heißt die Leidenschaft zum Sport, die ist schon sehr früh gegeben worden. Dein Vater ist Sportlehrer, stimmt das? Ja, er ist jetzt schon in Pension. Aber war es? Er war Sportlehrer, genau. Und hat dir das so ein bisschen weitergegeben, dass man… Also Sport, immer, immer in der Familie. Der Papa war unser Skilehrer, der war unser Tennislehrer. Maktisch. Ja, wir hatten einen schönen Garten, wir haben mit ihm geturnt, also wir haben alles mit ihm gemacht, das war wirklich toll. Also daher die Leidenschaft zu ihr Wort auch. Ja, genau, genau. Was glaubst du ist die Bedeutsamkeit beim Sport für den einzelnen Sportler, das Hören? Warum ist das so wichtig, dass man beim Sport hören muss? Also ich denke jetzt beim Tennis, wenn du hörst, wie der Ball aufbettelt. Zum Beispiel, ja. Also es gibt ja einfach Orientierung. Wohin muss ich mich bewegen? Wo ist es noch sicher? Also da geht es ja auch irgendwie um die Abwägung von Risiko, von Sicherheit, von welcher Bewegung mache ich dann entsprechend? Und am Ende des Tages ist es ja auch eben vielleicht die Motivation von außen, wenn du Unterstützung hörst von außen, durchs Anfeuern. Beim Fußball, wo der Trainer reinschreit oder so. Ja, ja, eben. Bei jedem Wort natürlich, klar. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich habe auch, wie ich eben Sportwissenschaften studiert habe, Aufnahmeprüfung machen müssen und da ein gewisses zeitliches Limit zum Beispiel beim Laufen erreichen müssen. Und wenn da jetzt niemand einen pusht in diesen letzten wirklich schwierigen Minuten, dann wird es halt weitaus schwieriger. Deswegen das von außen so, ja, Zugang für Motivation, das kann schon sehr viel ausmachen beim Sport. Es ist auch interessant, die Anweisungen des Trainers, wenn der jetzt da reinschreit, verstehen die das auch alles. Deswegen ist es auch gut, dass jeder gut hören kann. Es ist wichtig beim Fußball jetzt, weil das wird auch beim Handball nicht anders sein und bei den ganz anderen Sportarten, also die Signale und die Anweisungen genau zu verstehen. Ja, ja. Natürlich wäre nicht so, wenn das jetzt ein riesiges Stadion ist und da ist generell laut und die Musik dröhnt und Songs werden gesungen und die Welle wird gemacht, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist schwierig, ja, aber sonst natürlich, man muss im Idealfall verstehen, was einem der Trainer da von außen oder die Trainerin von außen zukünftigen möchte, zeigen möchte. Also es muss jetzt nicht, glaube ich, immer übers Gehör gehen. Vieles erkennt man ja vielleicht von außen auch durch gewisse Zeichen, wenn man irgendwie einen Taktikwechsel oder eine Systemumstellung bei einem Mann, wie das Sport zum Beispiel plant. Ich glaube schon, dass man da auch durch Zeichen und so weiter viel machen kann. Oder zum Beispiel beim Fußball sehe ich das immer wieder, da wird dann ein Zettel, ein kleiner mit Informationen einem Spieler übergeben und der übergibt es dann dem Nächsten und so und jeder versucht dann einmal kurz drauf zu schauen und dadurch werden halt dann, zum Beispiel wenn eine Systemumstellung geplant ist, wird das auch manchmal so weitergegeben. Wer, welcher Trainer ist denn besonders stark im Einsatz, der schreit und gestikulierend draußen am Rand steht und ordentlich Gasgifte spielen oder Spinnerinnen? Es gibt Trainer, die sind da eigentlich von ihrem normalen Naturell eigentlich eher ganz ruhig und können dann voll ausklippen am Spielfeldrand. Ich möchte jetzt gar niemanden hervorheben. Also viele sind da sehr emozäurig und emotional, ja, ja, ja. Aber es gibt dann halt auch welche, die sitzen da näher auf ihrer Trainerbank und sind da sehr kontrolliert mit ihren Emotionen. Also, aber wie gesagt, das ist jetzt niemand, der mir da besonders hervorgestochen ist. Ich glaube, Emotion gehört dazu zum Sport. Sportartie ist extrem, finde ich, also vom Fußball bis zum Skifahren, also da ist wirklich alles dabei. Ich hätte schon auch, wäre ich selber eben als Profisportlerin, hätte ich schon gerne lieber auch jemanden, der da richtig mitlebt an der Seitenlinie und wo ich auch merke, der ist da genauso emotional involviert. Ja, das hilft natürlich sehr. Musik ist aber auch schon ein großes Thema, auch beim Sport. Warum motiviert uns das so? Was glaubst du? Ja, einfach weil ja eben Musik Emotionen in einem Ort löst und das kann ja so motivierend sein. Also wenn ich jetzt sage, ich würde eine Runde laufen gehen, würde ich das nur sehr selten ohne Musik machen. Sicher, manchmal ist es vielleicht schön, im ruhigen Wald und Vogelgezwitscher oder die Natur zu hören, aber sonst, in den meisten Fällen ist Musik, hat die so ein bisschen vielleicht einen auch gut, schon so, dass es einem auch ein bisschen vielleicht so eine noch ein bisschen Leistung hilft. Was hörst du da zum Beispiel, was wirklich Gas gibt? Ja, das darf dann auch schon elektronische Musik sein. Ja, also vom Bisschen, also ich bin bei den Backstreet Boys zu Hause, aber auch bei elektronischer Musik so ein bisschen in die Hausrichtung. Hörgeschichte in deiner Familie gibt es gar keine. Bei euch hören alle gut, seid ihr auch, weil wir machen so ein bisschen Awareness für die Ohren. Das heißt, man sollte sich mal bei der Nase nehmen und wieder mal zum HNO-Arzt gehen, sich mal durchchecken lassen, ganz wichtig. Das wird alles so ein bisschen, ja, es läuft nebenbei. Man hört eh, es läuft eh alles gut, aber wenn was ist. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt keinen direkten Berührungspunkt in der Familie, wo es jemanden gäbe, der Hörprobleme hat. Und auch jetzt mit Sportlern und Sportlerinnen, klar, ich habe viel schon mit Parasportlern zu tun gehabt oder mit welchen, die Beeinträchtigungen haben, die im Rollstuhl sitzen, Rollstuhltennisspieler oder Paraschwimmer vom Biss. Ja, also da gibt es Jahre, ja genau, die aber wirklich großartige Leistungen bringen. Aber eben mit Hörproblemen habe ich jetzt so noch niemanden kennengelernt. Aber weil du diese Vorsorge auch angesprochen hast, natürlich, glaube ich, ist es wichtig, in allen Bereichen Vorsorge zu betreiben und lieber sich einmal öfter untersuchen lassen, als wenn es dann vielleicht schon zu zweit ist. Das stimmt, ja. Achtest du auf deinen Hörformen? Wie laut drehst du auf? Ja, ich merke schon manches Mal, dass ich ein bisschen sensibel bin. Also ich weiß gar nicht, woran das jetzt klickt. Also ich glaube, es ist alles in Ordnung, aber zum Beispiel auch, wenn man in einer lauten Disco ist oder eben in einer lauten Bar und dann möchte dir jemand was ins Ohr sagen, das ist mir dann teilweise sogar unangenehm. Also ich merke da schon eine gewisse Sensibilität auch bei meinen eigenen Ohren. Aber ja. Ich glaube bis jetzt wirklich irgendein Problem wäre bis jetzt. Nein, Gott sei Dank. Ich denke nur, wenn das Stadion so laut ist, die Fans schlecht drauf ist, Chörgesänge sind, und du ein anstrengendes Interview hast, wenn der Regisseur einer ist, der dauernd irgendwas da reinbrüllt, dann glaube ich schon, dass das nach so einer Live-Sendung von mehreren Stunden schon sehr, sehr anstrengend ist, dass das von einem Film abverlangt. Das ja, aber das ist eigentlich nicht das, was ich dann am deutlichsten spüre. Das ist dann eher so vielleicht die Erschöpfung allgemein, vor allem auch im Kopf, weil ich glaube, da passiert die meiste Arbeit. Dass man da dann einfach, ja. War für dich eigentlich immer klar, was du machen wirst? Wir haben es vorher kurz schon gehört, also es war auch ein bisschen steinig, du musst ein bisschen den Umweg nehmen, aber du bist dort gelandet, wo du dich jetzt wohlfühlst, wo es gut läuft, wo du gut angehörert bist. Also ja, eigentlich, es war schon in der Schule dann für mich klar, es hat mir verrückterweise, dass die Reparate halt wirklich Spaß gemacht. Auch wenn das damals schon noch so ein bisschen ein Adrenalinkig war, so sich vor die Klasse zu stellen, zu präsentieren, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe dann auch gutes Feedback bekommen und habe mir gedacht, dann möchte ich sowas in die Richtung machen. Habe nicht gleich ans Fernsehen gedacht, das war doch irgendwie noch ein bisschen zu groß und zu abstrakt. Aber ich habe mir gedacht, Radio oder bei einer Zeitung irgendwie schreiben. Und habe auch die ersten Praktika und die erste Ausbildung bei einem Radiosender gemacht. Das war so ein Sommerkurs, den ich da machen konnte. Und ja, dann aber irgendwann gab es mal so einen kleinen Online-Fernsehsender oder ein Online-Videoportal. Die haben eben gemeint, möchtest du mal da von einem Event einen Bericht machen, auch vor der Kamera. Und so ist es dann passiert und das hat dann viel Spaß gemacht. Und es gab dann eigentlich nie eine andere Option für mich. Nein, überhaupt nicht. Also es war immer nur das eine. Auch wenn es wahnsinnig steinig war, aber wenn man halt eben so viel Leidenschaft da hat, dann lässt man sich echt nicht davon abbringen. Was meinst du mit steinig? Was ist passiert? Na ja, es ist ja nicht mal so, weil eine Tür zugegangen ist. Genau, und ganz viele Türen sind zugegangen. Viele Castings, die du machst, viele Bewerbungen, die du rausschickst. Oft kriegst du keine Antwort oder eine blöde Antwort. Ich hatte früher so ein rollendes R. Da habe ich schon Kommentare gehört von Du wirst nie eine gute Moderatorin werden oder Du wirst nie einen guten Job bekommen. Und wenn du da so Anfang 20 das alles hörst, das macht schon was mit dir. Aber was ist passiert? Wer hat dir das gesagt, dass du das rollende R wegrinniere hast? Ja, ein Fernsehverantwortlicher hat. Das waren schon immer dann hochrangige Personen, die mir das gesagt haben. Die hat gesagt, mit dem R schaffst du nichts. Ja, ich war damals eigentlich ein bisschen bockig und habe gesagt, ich mache trotzdem meinen Weg. Aber wie man ja heute hört, ich habe es dann doch umgelernt. Ja, ich habe es nicht mehr. Was hast du da gemacht? Es war tatsächlich dann so, ich hatte dann eigentlich die große Chance, bei Puls 4 einen wirklich sehr tollen Job als Sportmoderatorin zu bekommen. Aber da war dann schon die Bedingung, geh bitte nochmal in den Sprechtechnikunterricht und arbeite daran. Natürlich habe ich mir überlegt, naja, gebe ich jetzt wirklich diesen Teil, der mich ausmacht, dieses rollende R, gebe ich das auf oder will ich den Job unbedingt haben? Und ich habe dann tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen Training das umgelernt. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Doch, war es. Also es waren wirklich ein paar Wochen. Man muss halt viel trainieren, viel üben und dann geht das. Ja, und ich bin rückblickend auch wirklich glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, weil es jetzt einfach eine saubere Aussprache ist und weil es mich selber sogar auch bei anderen, wenn ich jetzt irgendwas ganz Markantes höre bei deren Aussprache, denke ich mir selbst manchmal dann, naja, vielleicht wäre da noch ein bisschen Sprachtraining ganz gut. Also was das sehr oft ist, sind so kleine Störfaktoren dann. Und deswegen bin ich jetzt eben rückblickend gut, dass ich es gemacht habe. Und Gret Thurnherr hat mich am meisten beeindruckt, ich habe mit ihr eine Sendung gemacht, die ist aus Vordelberg. Und ich verstehe, dass es aus Vordelberg überhaupt nicht war. Und das Mikro geht an, das Rotlicht und die spricht das schönste, das muss ich noch vorstellen. Deswegen denke ich mir, es ist möglich, aber es ist Arbeit. Klar, ja, sicher eben. Und deswegen Moderator oder Moderatorin zu sein, das wirkt für viele ganz leicht, aber es ist ja schon eben, es ist ja auch eine Ausbildung, dass du dich dann vor eine Kamera stellen kannst und möglichst natürlich rüberkommst, die die Sprache oder Sprechtechnik beherrscht, dass du es ja schon oder auch die richtigen Fragen stellen kannst und Interviewtechnik drauf hast. Das ist eine Ausbildung. Das weiß man oft nur als Außenstehender nicht. Ja, das ist ja gut, weil ich meine, das ist alles so wichtig. Also du hast W24, Puls4, Sky. Du warst doch in Deutschland tätig. Und dann beim ORE. So ist es, genau. Das war mein Weg. Ja, aber es klingt so easy irgendwie. Ja, also wie gesagt, ein bisschen habe ich da ja eh auch schon reinblicken lassen mit dieser Kritik, die oft sehr, sehr unangenehm war. Ich war früher auch, hatte ich noch blondere Haare, da kam dann auch echt vieles. Auch zu Beginn als Sportmoderatorin beim Fußball war ich noch blond und da kamen auch so viele blöde Kommentare zur Haarfarbe. Ach, das ist die Quotenblondine, die Quoteltussi, die blonde Tussi. Also, da ging es auch ums Fachliche oder ums Äußere? Ja, fast. Sehr viel einmal am Anfang ums Äußere. Da muss man halt schon eine dicke Haut sich aneignen. Und ich habe mich dann aber auch, das klingt jetzt schon wieder so blöd, als hätte ich mich auch da wieder angepasst. Aber ja, ich habe dann tatsächlich auch aufgrund des wieder meinen Naturhaarfarbe, was es ja ist, eher wieder ins Bräunliche gemacht. Wobei, ich sage mal, auf solchen Media bist du gut unterwegs und hast sehr viele Follower, was ich gesehen habe, und die alle eigentlich sehr positiv sind. Ja, Gott sei Dank. Also, man erarbeitet sich ja auch eine gewisse Kompetenz dann. Vielleicht war ich ja am Anfang wirklich, war es noch, war vielleicht mehr so dieses, die Leute, wenn sie mich gesehen haben, haben sie vielleicht wirklich am Anfang mehr das Äußere gesehen und noch gar nicht eine gewisse Kompetenz beim Sport. Die hatte ich wahrscheinlich auch noch nicht so. Und das war auch viel Arbeit, dass ich mir dann beim Fußball, das erarbeitet habe, dass ich da auch wirklich weiß, worum es geht. Und das war nicht immer so, das gebe ich ganz selbstkritisch zu. Also, ich bin da teilweise in naiv in Sendungen reingegangen. Also, was heute oder heutzutage, da würde ich sehr schwimmen, wenn ich mit dem Wissensstand von damals so in eine Live-Sendung gehen würde. Also, heute mache ich das schon anders. Das ist die Erfahrung. Ja, eben. Eben. Wenn du jetzt das Interview machst, du schaust dir das Spiel an, schreibst dir Fragen raus, analysierst das vor, auch mit dem Gast, den du da sitzen hast, meistens. Ja. Wie zum Beispiel der Herr Proasker. Aber du schaust dir das wirklich an oder besprecht es euch auch die Fragen zusammen oder ist das wirklich von dir? Na ja, es ist im Großen und Ganzen eigentlich von mir. Also, ich weiß zum Beispiel dann nach einer Sendung, wir haben jetzt acht Minuten Gesprächszeit. Dann schreibe ich mir schon ein paar Themenpunkte auf, über die wir sprechen. Und das kommt eigentlich von mir. Natürlich während dem Spiel, wenn ich das mit dem Herbert Proasker zum Beispiel schaue oder mit dem Roman Melich, merke ich natürlich, ah, die reden jetzt gerade oder der regt sich gerade auf über den und den Punkt. Das ist schon etwas, was ich mir aufschreibe. Also, ich höre ja auch aktiv zu oder ich spreche mit ihnen während dem Spiel schon über gewisse Szenen und schreibe mir da ein bisschen was dazu auf. Und das weiß ich dann, dass ich das im Nachgang ansprechen werde. Also, ihr zwei, da stelle ich mir auch lustig vor, wenn ihr zwei jetzt zuschaut, gemeinsam. Ja, ja, ja. Das ist... Süßes gemeinsam. Ja, oft sehr gemütlich. Also, wenn wir jetzt im Studio ein Spiel, eine Sendung haben, jetzt gar nicht vor Ort im Stadion sind, sondern das Ganze aus einem Studio in Wien machen, dann ist es auch wirklich, wir haben dann so einen großen Bildschirm, da schauen wir uns das Spiel an, dann haben wir Snacks, dann gibt es meistens irgendwelche Mannerschnitten und so. Sehr gemütlich eigentlich. Ja, das ist schon gemütlich. Und dann schauen wir uns das an und dann geht es wieder live auf Sendung. Wie wird die Euro-Reihe ausschauen im UF? Du wirst heuer nicht dabei sein. Das stimmt. Ich bin Zuschauerin zum ersten Mal. Lagerzeit. Ja, 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 genau. Ich werde Fußball heuer im Sommer eine kleine Nebenwolle spielen. Ja, ja, ja. Weil eine große andere Rolle auch wartet. Es wird eine Babypause bei mir geben. Wunderschöne Aufgabe. Und ja, mein erstes Kind wird auf die Welt kommen und das ist halt dann während der EM im Sommer für mich so, dass ich da dem Fußball nicht ganz so viel Wichtigkeit zuordnen kann, wie es sonst mal der Fall war. Aber ich freue mich auch auf diese Zeit. Also das wird, glaube ich, muss man ganz ehrlich sagen, sicher die schönste Zeit in meinem Leben. Was stimmt. Und da darf auch der Sport mal in den Winter großartigen, ja. Wobei, die Spiele in Deutschland, das geht sich gut von der Zeit aus. Da kann man immer wieder beginnen. Ja, es gibt die TV-Tek, du kannst alles nachschauen. Selbstverständlich. Also ich werde mir das natürlich anschauen und ich freue mich wahnsinnig, dass Österreich dabei ist und werde als Fan mitfiebern. Aber ja, ich habe halt auch noch eine andere Rolle, auf die ich mich sehr freue. Ja, aber bist du ein bisschen traurig, auch so ein bisschen traurig, dass man nicht dabei ist? Weil es ist schon ein Event, das normale vier Jahre ist. Es ist schon was Besonderes. Ja, das ist natürlich so und ich muss auch zugeben, natürlich, ich bin ja schon einfach ein tretsamer Mensch. Ich liebe meinen Job. Ich mache gerne alle Dinge, die sich mir anbieten. Und dann natürlich auf etwas zu verzichten und ein Kind zu bekommen, heißt natürlich auch ein bisschen woanders zurückstecken zu müssen. Das war für mich gerade am Anfang zu realisieren nicht so leicht. Ich auch zum Beispiel den Wiener Opernball, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, das geht sich dieses Jahr dann so leider nicht aus. Auch weil wir da einfach immer bis spät in die Nacht gedreht haben. Und jetzt gibt es eben Gesetze für Schwangere, die das nicht erlauben. Also es ist natürlich auch so mit Verzicht verbunden und natürlich am liebsten würde ich gleich alles gleichzeitig machen. Arbeiten, Kind kriegen, Familie und Job. Aber wie gesagt, es ist nicht immer alles gleichzeitig möglich und das muss man halt auch akzeptieren. Ja. Was treibt dich an täglich? Was motiviert dich? Ich glaube einfach meine Leidenschaft für das, was ich mache. Also das ist immer das, was mich immer weiterbringt. Ich habe natürlich auch Tage, wo es mir schwerfällt, wo ich nicht so den Glauben an mich selbst habe. Aber irgendwie kommt dann doch wieder irgendein Erlebnis oder eine Chance, die sich mir wieder auftut, wo ich dann wieder merke, es geht ja eh. Und dann habe ich wieder dieses Freue und diese Leidenschaft und freue mich und kann wieder gut weitermachen. Bist du selbstkritisch? Ja, sicherlich. Also ich schaue mir auch jede Sendung eigentlich von mir an. Wirklich? Immer noch? Die komplette Sendung. Aber ich schaue dann schon meistens rein, um es mir so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen. War das jetzt gut? War das nicht gut? Und ja, da schaue ich mir das schon auch sehr kritisch an. Wie lange wirst du dir die Auszeit nehmen oder lässt es mal auf dich? Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, ich lasse es mal auf mich zukommen und schaue mal, ob das gesundheitlich auch für Baby und Mama passt. Aber sonst habe ich jetzt nicht vor, allzu lange zu Hause zu bleiben. Ich möchte schon gerne, und das ist das Schöne an meinem Job, man kann auch tageweise wieder Sendungen übernehmen. Ich könnte mir dann schon vorstellen, so eine Sendung in der Woche zu machen. Und wenn man das gut organisieren kann, so mit dem Baby, dann hoffe ich, dass das so klappt. Also das klingt doch alles sehr gut und gut überlegt. Auch die Olympischen Sommerspiele haben ein großes Thema. Wobei, wer wird denn Europameister? Das muss ich schon noch. Irgendwo ist es bei. Ja, das würde mich schon noch interessieren. Was ist dein Tipp? Wir sind zwar dabei, aber... Ja, 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 das schon. Frankreich ist immer ganz weit vorne zu sehen. Deutschland ist ein gutes Turnier. Ja, aber die haben jetzt ganz schwierige Monate hinter sich. Auch wenn sie im eigenen Land spielen, Deutschland sehe ich da jetzt nicht ganz vorne. Aber eben Frankreich haben sehr viele gute junge Fußballspieler. England, ja, lassen wir uns überraschen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass Österreich uns begeistern kann. Das wäre schön. Das wäre gut, ja. Also es geht darum, man muss manchmal ja nur ein bisschen eine Begeisterung schaffen. Und dann spielt man sich eben so, wie eine Turniermannschaft sich dann entwickeln kann, in ein Turnier hinein. Und dann gehen oft Dinge auf, von denen man zuvor gar nicht gedacht hat, dass man das schaffen kann. Das haben die Frauen gut geschafft, finde ich. Ja, zum Beispiel. Oder jetzt vor kurzem auch die österreichische Handballnationalmannschaft. Das war jetzt auch ganz toll. Großes Thema, ja. Ja, na gut, dafür schlägt dein Herz eh immer noch, oder? Ja, das ist gut. Christina, danke für deine Offenheit. Danke für dein Dasein, dass du da warst. Alles Gute für die schönste Zeit. Danke schön. Für das Baby. Danke. Alles gut läuft. Danke Ihnen für Ihr Interesse bei unseren Hörgesprächen. Das nächste kommt demnächst. Wir halten Sie auf den Lauf ein. Wie gesagt, einfach abonnieren. Und dann sind Sie top informiert und wissen gleich, wann wir wieder mit dem nächsten Podcast on Air sind. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. Mein Lieblingsgeräusch, klingt jetzt total witzig, aber das ist, wenn mein Freund nach einer längeren Geschäftsreise wieder nach Hause kommt und den Schlüssel ins Türschloss steckt. Und dieses Umdrehen des Türschlosses, wenn ich das höre, dann freue ich mich immer schon so, dass er da ist. Und das ist ein Geräusch, wo ich weiß, ah, er ist wieder gut zurück nach Hause gekommen. Ich laufe dann immer gleich zur Tür und empfange ihn da mit einer großen Umarmung. Und das ist eben so ein Geräusch, das ich sehr gerne mag und auf das ich mich einfach immer freue. Auf welches Geräusch könnten Sie verzichten? Hui. Verzichten könnte ich im Fußballstadion auf viele negative Zurufe von Fans, von pöbelnden Fans, von Buh-Rufen. Weil ich finde, Sport ist eigentlich sowas Schönes, sowas Verbindendes. Und da sollte es die Schimpfereien im Fußballstadion am besten gar nicht geben. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Selbstverständlich wäre mein Leben ohne hören zu können anders verlaufen. Es wären wahrscheinlich viele schöne, prägsame Momente, die ich erlebt habe, jetzt so nicht in meiner Erinnerung, in meinem Herzen. Aber ich hätte wahrscheinlich auch andere Wege gefunden, damit umzugehen und auch ein erfülltes Leben zu leben. Ich hätte mir oft geführt, dass ich meine Erinnerung an immer mehrАge verlaufen kann. Wenn du nicht mehr consciously auf jeden Fallsatz über minerals versuchst, bist du nicht mehr wirklich, da bist du nicht mehrfach. Ich würde mich so einfach nicht про- und nicht mehr so schnell tun, Ich würde mich aber, es wäre müde, Ich würde mich so einfach nicht mehr sehen, dass du nicht mehr so schnellst, Vielen Dank.